...nie miteinander vermischt. Kelinda Schama muss allerdings eine Entscheidung treffen. Als Zeugin gegen ihre Kanzlerin aussagen. Oder eine zweijährige Strafe absetzen. Hi Mrs. Florek. Hi Nisa. Und wie läuft's in der Schule? Gut. Meine Eltern sind nicht glücklich über die kürzeren Freitage. Wer ist das schon? Sie starten eine Petition. Wenn Sie unterschreiben wollen? Natürlich. Dad kommt Montag in die Schule. Kommst du auch? Ich kann leider nicht. Ich muss arbeiten. Kann ich kurz mit dir reden? Die Presse will dir in der Schule vielleicht ein paar Fragen stellen. Ich kann mal okay. Ich kann lächle ihn. Untertitelung des ZDF, 2020